Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu den dieswöchigen Goldhoofs News. Ich möchte gerne diese Woche zwei neue Mitglieder in den Goldhoofs begrüßen. Und zwar sind das zum einen die Hannah Highcastle und zum anderen die Feyer Mystery Night, die gestern dazugekommen sind. Herzlich willkommen! Da sich jetzt alle ganz frisch eingetragen haben, muss ich tatsächlich sagen, dass ich etwas überrascht bin, dass nur zwei der fünf dazugekommen sind. Aber gut, wird wohl jeder seine Gründe haben. Jedenfalls möchte ich jetzt direkt gerne die nächsten fünf für kommenden Sonntag einladen. Und zwar sind das die Cassandra Kinglake, die Kelly Glatree, Lorelei Dragon Daughter, Quinn Queenyard und Johanne Starchild. Euch möchte ich gerne kommenden Sonntag in den Club einladen. Wie immer, 19 Uhr geht's los im Nilmers-Hochland zum Stream. Ja, und vor allem anderen gilt leider, ist die Warteliste wieder geschlossen, da einfach letzte Woche innerhalb von sieben Tagen 129 Leute sich eingetragen haben. Ja, und das wird wahrscheinlich erstmal eine ganze, ganze Weile dauern, bis die Liste wieder leer ist. Okay, ihr Lieben, das war's aber auch schon für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! – Bis zum nächsten Mal.